so herzlich willkommen das erste spiel mit aufgemöbelten konto also premium konto jetzt angestellt aktiviert und ja wir haben den tiger 2 gekauft aber zunächst erst mal geht es hier hängt etwas ich weiß nicht was man im video dann davon sieht aber es ruckelte jetzt läuft es wieder besser naja warten wir mal ab ja viel spaß ich überlege jetzt gerade was wir tun was man wohl macht wir haben ein gebiet eingenommen ja aha ein spiel ist da ist ein spiel ist dass wir haben wir haben ich werde ich werde nachher wir haben Okay. Ja, wir müssen halt gucken. Kommt der jetzt? Das ist aber doch gerade ein grünes Kreuz, oder? Shit. Mist. Okay. Wer den jetzt erwischt oder ist? Was? Ja, da können wir vorgehen jetzt. Ich will jetzt nicht noch weiter rechts in die... Ja, jetzt muss er was machen, entweder rechts oder links. Das ist ein bisschen scheiße hier. Ja, macht er richtig. Ja, genau. Bleibt aber aufstehen. Das ist schon wieder so ein Ungeduldiger. Ja. Ja, das sollte man mal nachgucken. So, und jetzt gehst du nämlich los. Der ist da vorne. Der will auf C gehen. Das ist natürlich richtig. Aber wenn er zu schnell fährt, da ist nämlich schon einer... Okay, der kümmert sich an den. Das ist gut. Okay. C. Zählen und erobern. Nicht gut. Ich möchte gerne erobern. Ah, noch ein bisschen Zeit. Jetzt sollten wir langsam rein. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Okay, so. Dann machen wir mal folgendes. Auf. Super. Dankeschön. Ein IS-3. Ein Rang-5-Fahrzeug war das eben gerade. Halt. Gut. Gut. Man könnte fliegen. Dann machen wir das doch. Wir müssen nur gucken, dass wir ein kleines bisschen zurücknehmen. Acht Sekunden. Ja, ich würde ungern in ein totes Fahrzeug zurückkehren. So. Selbstfaller, das ist natürlich nicht so geil. Was haben wir denn? Bomben. Im Idealfall bomben wir uns jetzt praktisch selber gleich. Äh, weg. Oh, oh. Nicht gut. So. Gut. Wir müssen hier. Ich hab aber jetzt eigentlich, äh, die Bomben ausgesinkt, oder? Das wäre noch meine Hauptfade. Das geschieht recht. Ja, stimmt. Fünf Körper. Okay. Dranbleiben. Der Sieg ist greifbar. So. Was kommt denn da an? Äh, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt fällt hier das ganze aus ein, oder was? Also, ich geh nicht weiter vor, weil nämlich der, der, der Freund hier von der Seite kommt. Ich muss halt ein bisschen jetzt vorsichtig sein. Okay. Ja, da kommt jetzt ein größerer Gegenangriff. Ist ein bisschen Mist. Und der, der da hinten, oh wow. Und der da hinten ist, scheint auch was Größeres zu sein. Wir machen mal folgendes. Okay. Oh oh. Shit. Okay. Ja, man weiß es ja nie, ne? Wow. Und dann machen wir mal den Tiger. Bin ich gespannt. Was mit dem ist hier? Oh je. Ja, wie befürchtet. Ein schwerer Panzer eben. Ja, ein schwerer Panzer. Aber ehrlich gesagt, hätte ich es mir auch schwerfälliger vorstellen können. Ja. 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 Da geht das. So wollen wir nicht übermütig werden Da ist einer An dem wir uns sorgen möchten Oh Oh man Oh 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 was platz 1 mein erstes spiel mit dem tiger 2 und platz 1 ok also ehrlich gesagt war das völlig easy das hatte ich das hatte ich so lange nicht wirklich nicht 33.000 einfach mal so 7400 forschungspunkte was habe ich mir so lange ein abgebrochen echt ohne scheiß wir haben jetzt zwei bodenziele zerstört gebiete ober drei ok 16 treffer naja aber alter ist das easy es ist kein vergleich zu dem was vorher war und guck dir das mal an wie der hier welchen fortschritt der hat bei der erforschung alter das war es war so richtig einfach jetzt zu kaufen also entweder ich hätte es gelöscht vor hass oder eben und ich habe es glaube ich richtig gemacht muss ich einfach da einkaufen und fertig krass ok schönen dank dass du dabei warst beim wirklich ersten spiel mit dem panzer krass freue ich mich